So wie uns das Mittelalter, ich sag mal, dämonisiert wurde, dass man gesagt hat, das dunkle Mittelalter. Nein, das dunkle Mittelalter gab es in der Form nicht, denn da hat man Ketzer und Hexer und diese ganzen Satanisten und Verbrecher hat man auf den Scheiterhaufen geschmissen oder einfach am Dorfeingang gefehlt. Die Leute, die Kinder geschändet haben, die Kinder abgestochen haben und das Blut gesoffen haben, die wurden auf einen Flock gesetzt. Die Leute, die die Brunnen vergiftet haben, die wurden einfach lebendig verbrannt, zack, Problem gelöst. Heute sind solche Satanisten in allen Schlüsselpositionen der Macht in der Gesellschaft und da streuen sie ihr Gift überall und sie haben die Völker an den Eiern und das ist die Schwierigkeit. Dann haben sie ihnen eine falsche Wissenschaft beigebracht und haben gesagt, alles andere ist Esoterik, Aluhut, Geschwubbel und nur diese Pharma-Wissenschaft und Pseudowissenschaft ist quasi das, worauf wir unsere Taten basieren. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wahrscheinlich früher oder später, das kann jetzt noch ein halbes Jahr oder Jahr dauern, ein Immunsystem eine krude, schwubelige Verschwörungstheorie sein wird. Da würde man einfach sagen, sowas gibt es nicht mehr. Daran haben mal irgendwann Esoteriker geglaubt, aber wir glauben mittlerweile daran, dass uns nur Spritzen wecken können und so werden sie es auch machen und sie werden genauso Corona-Leugnen eines Tages so massiv unter Strafe stellen, wie sie heute Holocaust-Leugnung unter Strafe stellen. Und sie werden dann sagen, es gab diese Pandemie und jeder, der das hinterfragt, der wandert ins Gefängnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017